Hi Leute, Lissano hier. Heute zeige ich euch wie an den gesegneten blauen Tau-Talisman rankommt. Das Teil hier und das ist nicht nur nice für Magierklassen oder Spieler, die auf Weisheit oder auf Glaube spielen, sondern einfach auch für, in dem Fall für ein sehr offensives Nahkampfbild, welches sehr oft die Spezialattacke nutzt oder die Kriegsasche nutzt und die verbraucht ja auch Mana und das ganze hier, der gesegnete blaue Tau-Talisman, der regeneriert halt langsam FP. Und das geile ist, weil ich bin mich zum Beispiel die meiste Zeit ständig am buffen, haust deine Buffs raus für Lebensregeneration und was weiß der Geier, alles was ihr dabei habt und auch natürlich hier wie gesagt eure Kriegsasche und so, die verbraucht auch Mana und ihr seht, das ganze regeneriert sich immer schön, immer ein bisschen, ist voll in Ordnung. Ihr müsst halt dadurch deutlich weniger an einem Ort der Gnade rasten und weniger Fläschchen trinken und spart dadurch ein bisschen und euer Spielflow wird nicht so gestört. Also ich finde es, ich finde es einen richtig, richtig geilen Talisman. Ich denke, dass er bestimmt in vielen eurer Builds auch, dass er da auch sehr gut reinpassen könnte. So und ich zeige euch gleich auf jeden Fall, wie ihr da rankommt. Ich startet auf jeden Fall hier bei der Klippenstraße Endstation und von dort aus zeige ich euch gleich genau den Weg, den ihr gehen müsst. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne bei uns auf dem Discord und auf Twitch vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.